Zurzeit wird alles teuer. Neben Strom und Gas auch die Lebensmittel, die rasant in die Höhe steigen. Während es einerseits dort offensichtliche Preiserhöhungen gibt, einfach indem da ein anderes Preisetikett dran klebt, gibt es auch die Mogelpackungen oder die versteckten Preiserhöhungen gerade ganz massiv. Da geht es darum, dass der Preis zwar gleich bleibt, aber der Packungsinhalt sich verändert. Das ist aber in vielen Fällen illegal. Wer hier ganz besonders mogelt und wo eine Illegalität gegeben ist, das zeige ich euch in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde, Beuger & Solmecke. Und wenn ihr Mogelpackungen rechtlich beleuchtet haben wollt, dann lohnt sich ein Abo für diesen Kanal hier auf jeden Fall. Denn wir beobachten hier Missstände und decken die gnadenlos auf. Aufgrund von pandemiebedingten Lieferschwierigkeiten, schlechten Ernten, dem Krieg in der Ukraine, der Inflation allgemein und 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 steigen die Preise nicht nur für Sprit, Gas und Strom, sondern auch für Lebensmittel. Allein im Juni 2022 sind sie um 23% höher gelegen als im Vorjahresmonat. Und wer das tatsächlich schon schlimm genug findet, der darf gar nicht daran denken, was an fiesen Massen ansonsten noch seitens der Lebensmittelindustrie hinzukommt. Nämlich still und heimlich geben die uns einfach weniger Lebensmittel in die gleichen Verpackungen. In einer Chipstüte beispielsweise sind manchmal nicht mehr 200 Gramm, sondern nur noch 175 Gramm. Und da gucken wir gleich mal drauf. Die meisten Kunden wissen zwar, was ein Lebensmittel kostet, deswegen lassen die Lebensmittelhersteller die Preise gleich, aber sie wissen nicht, was drin ist und wie viele Gramm es sind. Und die Verbraucherzentrale Hamburg, die hat jetzt eine schöne Mogelpackungsliste aufgestellt. Hier seht ihr zum Beispiel Rama, der Klassiker, sieht man, kostet immer noch 2,19 Euro. Also geht hin und seht, ah ja, Rama ist gleich geblieben preislich, aber kleiner Unterschied, die alte Rama waren 500 Gramm und jetzt 400 Gramm. Sind also 25% plus und die haben es natürlich auch gekauft bei Edeka, Netto, Penny, Lidl, Aldi jetzt gerade im August. Also da eine versteckte Preiserhöhung bei Rama. Gucken wir mal hier, die beliebten Funny Frisch Ofen Chips. Also Preis ist gleich geblieben, 2,19 Euro, aber jetzt sieht es so getan, hey, modernere, tollere Verpackung. Ja, schönere Verpackung, aber auch kleinere Verpackung, nicht mehr 150 Gramm, 125 Gramm. Selbst die Konfitüre, naja, bei der ist es jetzt ein bisschen anders. Da sagen die, ja, hier hatten wir die kleine Konfitüre, jetzt haben wir eine dicke, große Konfitüre, dass die große mehr kostet. 1,960 ist auch klar, würde man vielleicht als Verbraucher noch akzeptieren. Was man aber nicht sieht, hier sind ja gerade mal 15% mehr drin, aber die Preiserhöhung selbst ist viel, viel höher, sodass man insgesamt zu 24% plus kommt. Also muss man schon ganz genau nachrechnen, jeweils im Einzelfall. Was finde ich denn hier noch? Ach hier, die Haribos, die leckeren. Das finde ich schon besonders dreist. 99 Cent bleibt, die Verpackung sieht fast identisch aus. Ja, und plötzlich nicht mehr 200 Gramm, sondern 175 Gramm. 14% Preiserhöhung auf diese Art und Weise eingepreist. Also insofern kann man dort Mogelpackungen sehen, aber auch einreichen mit Bildern direkt, dass man da einen Überblick hat. Finde ich eine ganz gute Seite, habe ich euch unten in der Caption mal verlinkt. Wenn ihr da was seht, reicht das gerne auch ein. Apropos Mogelpackungen, vielleicht an der Stelle noch ein kleiner Hinweis, bevor wir zur rechtlichen Bewertung bekommen. Viele Fitnessstudios, die haben auch gemogelt, nämlich im Lockdown haben die euch einfach weiter berechnet. Und wir haben ein Musterschreiben, das könnt ihr euch selbst zusammenklicken und über das Musterschreiben bekommt ihr, in 5 Minuten ist es ausgefüllt, die Gelder zurück. Das Formular hat noch eine weitere Funktion, wenn ihr bei McFit seid oder bei der Kette John Reed und da Preiserhöhungen hattet, widersprecht ihr auch denen. Also es geht nicht nur um die Corona-Beträge, sondern auch die Preiserhöhungen hat direkt so eine Dreifachmöglichkeit und Dreifachschutz dieses Formular. Also die haben gemogelt, aber jetzt geht es ja erstmal um die Morgeleien bei den Lebensmittelherstellern. Schauen wir uns mal an, ob die rechtlich in Ordnung sind. Zunächst mal müssen Verpackungen nach Artikel 9 der Lebensmittelinformationsverordnung eine sogenannte Netto-Füllmengenangabe tragen. Und das heißt, sie müssen Auskunft darüber geben, wie viel Gramm oder Kilogramm oder Liter enthalten sind. Und zusätzlich gibt es noch die Paragraph 4 Preisangabenverordnung. Da muss auch noch der Grundpreis pro Kilo oder pro Liter angegeben werden. Das heißt, was kostet 100 Gramm Butter? Denn manchmal, wenn man verschiedene Packungsgrößen hat, eine 125 Gramm Packung, eine 180 Gramm Packung, dann kann man die Butter nicht so schnell vergleichen. Wenn man aber weiß, was kostet pro 100 Gramm, dann ist ein Preisvergleich sehr, sehr schnell machbar. Das sind sozusagen die Voraussetzungen, die man machen darf. Und bestimmte Lebensmittel müssen aus technischen Gründen größer gestaltet werden. Beispielsweise bei Chips ist es so, dass sie noch so ein Luftpolster brauchen, damit die nicht kaputt gehen. Also insofern kann man sagen, es gibt Gründe, warum Verpackungen größer gemacht werden können. Aber das ist nicht grenzenlos. Denn dafür gibt es einen Paragraphen, das ist der Paragraph 43 des Gesetzes über das Inverkehrbringen und die Bereitstellung von Messgeräten auf dem Markt ihrer Verwendung und Eichung sowie über Fertigpackungen. Also hier hat man 43 gesagt, Fertigpackungen, das sind die Packungen, die man eben rund um diese Lebensmittel hat, dürfen nur hergestellt in den Geltungsbereich des Gesetzes verbracht, in den Verkehr gebracht oder sonst auf den Markt gebreitgestellt werden. Wenn die Nennfüllmenge angegeben ist, die Füllmenge die festgelegten Anforderungen erfüllt und die Fertigpackung mit den erforderlichen Angaben, Aufschlusszeichen versehen ist, das ist sozusagen das, was ich gerade erläutert habe, und es ist verboten, Fertigverpackungen herzustellen oder herstellen zu lassen, in den Geltungsbereich zu verbringen, Verkehr zu bringen oder sonst auf den Markt bereitzustellen, wenn sie, und jetzt wichtig, ihrer Gestaltung nach eine größere Füllmenge vortäuschen, als in ihnen enthalten ist. Da würde man denken, ja super, da haben wir es doch gefunden. Und wenn man da täuscht, muss man als derjenige, der es macht, ein Bußgeld zahlen von bis zu 50.000 Euro. Dann würde man ja sagen, ganz konkrete Regelungen, die täuschen doch darüber, weil sie eine größere Füllmenge vortäuschen. Naja, das ist natürlich jetzt nicht ganz so einfach, denn das Problem ist, dass das Gesetz keine konkrete Regelung darüber enthält, ab wann Verpackungen auch wirklich täuschend sind. Denn ihr habt das vorhin bei der Rama gesehen, meinetwegen 200 Gramm, dann 175 Gramm, ist das schon eine Täuschung, denn sie täuschen ja letztlich, ist vielleicht möglicherweise ja auch die Verpackung dann auch kleiner geworden und man sieht es gar nicht. Andererseits kann man bei Chips gerade sehen, dass man da vielleicht die gleiche Chips-Tütengröße hat, aber einfach nur unten anders aufgedruckt worden ist, was drin ist. Dann könnte man sagen, ja da ist die Täuschung ja dann evident. Und da ist allerdings so, dass nicht jede übergroße Lebensmittelverpackung auch wirklich verboten ist, denn eine Täuschung soll nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nur dann vorliegen, wenn es ein Missverhältnis zwischen Inhalt und Größe der Verpackung gibt, mit dem der Kunde nicht rechnen musste. Das ist der Fall, wenn der Kunde den Inhalt nicht ertasten kann. Das könnte man bei Chips ja sagen. Also ansonsten kann man manchmal tasten und sehen, das ist ja viel, viel kleiner. Oder wenn man eine harte Verpackung kann, kann man auch nicht tasten. Oder manchmal hat man ein Sichtfenster, dann sieht man, wie viel drin ist. Und wenn das Sichtfenster fehlt, kann man auch sagen, ja, ihr wolltet den Kunden täuschen. Das sind so Punkte. Andererseits, wenn aus technischen Gründen, wie bei der Chips-Tüte größere Verpackungen notwendig sind, dann gilt das auch mit dem Ertasten wieder nicht. Dann kann man nicht sagen, ah gut, bei Chips kann ich nichts ertasten. Nee, da ist es technisch notwendig. Ihr seht, das ist schon gar nicht so einfach. Grobe Regel, der Luftraum in der Verpackung sollte nicht mehr als 30% betragen. So kann man es ungefähr sagen. Und da muss man also im Einzelfall immer gucken. Jetzt gibt es dieses Mess- und Eich-Gesetz, was ich euch gerade gezeigt habe, was eben sagt, ja, der Kunde darf nicht getäuscht werden bei der Befüllung. Und dann gibt es noch das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Und das soll auch die Verbraucher schützen, da unter anderem Paragraf 3a UWG. Unlaute handelt, wer einer gesetzlichen Vorschrift zuwider handelt. Also Verbraucherschützer können sich darauf berufen, das ist das Interessante an dem Gesetz. Ihr soll euch schützen als Verbraucher, aber ihr könnt euch gar nicht darauf berufen. Ihr könnt das nur melden im Verbraucherschützern, die können dann nach dem Gesetz klagen. Oder Mitbewerber von beispielsweise Chips-Herstellern könnten klagen, aber eben nicht eher als Verbraucher. Macht aber nichts, ist trotzdem ein Gesetz, was euch was hilft. Und hier, wer gegen Normen verstößt, kann bestraft werden, vereinfacht gesagt. Und eine Norm ist eben das Eich-Gesetz. Und in Paragraf 5 Absatz 1 Absatz 2 Nummer 1 steht drin, ist irreführend eine geschäftliche Handlung, wenn die wesentlichen Merkmale der Ware, also beides wie beispielsweise jetzt der Haribo-Gummibärchen, der Chipse, darüber getäuscht wird. Das steht jetzt hier drin. Also zwei Gesetze, die solche Täuschungen eigentlich verbieten. Jetzt haben wir aber das Problem, dass der Bundesgerichtshof und auch alle anderen Gerichte immer auf den sogenannten Durchschnittskunden abstellt. Die gucken also, welche Kenntnis hat so ein Durchschnittskunde. Und da sagt der Bundesgerichtshof, naja, der Durchschnittskunde, der schaut ja bei Lebensmitteln immer ganz genau auf die Zusammensetzung der Lebensmittel. Und der Kau guckt sich die Verpackung an und dann wird der Durchschnittskunde sich mit der Verpackung beschäftigen. Und deswegen muss man schon ganz schön viel tun, um den Kunden, der ja immer drauf guckt, so sagt es der Bundesgerichtshof, überhaupt zu täuschen. Puh, das sind sehr hohe Hürden für eine Kundentäuschung. Also da kann man schon mal ein bisschen größer machen, die Verpackung, aber der Kunde guckt ja drauf, sagt der Bundesgerichtshof, dann täuscht ihn nicht. Meiner Ansicht nach ist zwar der Trend zu einer gesunden Ernährung massiv gestiegen in Deutschland, aber allein die Anforderung, dass beispielsweise der Nutri-Score vorne fett drauf gedruckt werden muss, zeigt ja genau das Gegenteil, zeigt ja, dass der Gesetzgeber der Meinung ist, nee, der Kunde schaut gar nicht so genau hin, deswegen müssen wir es eben ins Auge springen lassen. So ein Nutri-Score muss vorne drauf gedruckt werden, damit man weiß, zwischen grün und rot und orange, gesund, nicht gesund, Nährwerte und so weiter. Also ein Durchschnitt ist das ja, wenn ich das richtig noch im Kopf hatte, aus fetten Kalorien und all sowas. Und dann kann man sagen, ist ja auch umstritten der Wert, aber kann man so grob als Grunde sagen, ja, ist gesund oder nicht gesund, aber wirklich nur ganz grob. Und das zeigt ja, wenn der Gesetzgeber der Meinung war, Nutri-Score muss fett drauf, dass der Kunde sich ansonsten ja mit dem Lebensmittel nicht weiter beschäftigt. Und deswegen wundert mich die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs. Der hat im Jahr 2017 eine Irreführung einer Mogelpackung bei Nivea abgelehnt. Da gab es eine Umverpackung von zwei Nivea Gesichtscremes. Und die Umverpackung, also ein Pappkarton, war deutlich größer als der eigentliche Inhalt. Da sagt der Bundesgerichtshof, es ist nicht ersichtlich, dass der Verbraucher automatisch annimmt, dass die Umverpackung auch die eigentlichen Produktgrößen darstellt. Das liege daran, dass es für diese Warengruppe keine einheitlichen Packungsgrößen am Markt gäbe. Es fehle eine Erwartungshaltung. Das heißt, man hat eine riesen Umverpackung, so ein Ding, und dann erwartet man gar nicht, dass darin dann auch zwei große Cremes sind, könnten auch Mini-Cremes drin sein. Kann ich nicht so verstehen, wie der Bundesgerichtshof das jetzt hier gemacht hat. Und insofern müsst ihr einfach selber vorsichtig sein. Vielleicht einfach mal schauen bei der Verbraucherzentrale, hier bei den Hamburgern. Also gucken, was ist jetzt hier gesagt, hier sehen mir die tatsächlich ziemlich gleich groß aus. Kann man nicht so ohne weiteres erkennen, das ist natürlich was anderes. Aber wenn so ein neues Design da ist, da sollte man vielleicht ein bisschen hellhörig werden und dann auch mal genau gucken, okay, wie viele Gramm sind denn jetzt noch drin. Oder wenn da steht, jetzt mit neuer Rezeptur könnte man auch hellhörig werden. Und gemein ist natürlich, dass ja da auch echt eine Ressourcenverschwendung stattfindet. Man hat jetzt viel mehr Verpackungsmaterial für nichts, aber eben nicht in jedem Fall illegal. Auch wenn der Bundesgerichtshof da ziemlich nachsichtig ist mit den Lebensmittelherstellern. Ich finde, die Gerichte könnten hier ein bisschen strenger sein, denn wir erleben diese Mogelpackungen einfach im Alltag. Und mich würde interessieren, was ihr so für Mogelpackungen entdeckt. Postet es mal unten in die Kommentare, was waren eure letzten Mogelpackungen und meldet die dann gerne auch dann bei der Bundeszentrale der Verbraucherschützer beziehungsweise bei der Verbraucherzentrale Hamburg, die da ja eine entsprechende Sammlung machen. Melden könnt ihr euch übrigens auch, wenn ihr IT-Administrator seid und einen neuen Job sucht. Denn bei WBS suchen wir gerade einen IT-Administrator, der in-House, also in Köln, für uns tätig ist und die Systeme aufrecht erhält. Natürlich zusammen mit einem Softwarehaus, aber manchmal muss man ja einfach nur einen Druckertreiber installieren. Das suchen wir. Und ich suche für meine Softwarefirma LegalVisio. Das ist ja eine Cloud-Kanzlei-Software. Weiß der eine oder andere, dass wir sowas auch anbieten. Für andere Anwaltskanzleien suche ich einen PHP-Entwickler mit Symfony und Rest-API-Erfahrung. Wer sich da angesprochen fühlt, schaut auch mal unten in die Caption. Alle anderen schauen hier noch hin. Hier sind nämlich noch zwei Videos. Würde mich freuen, wenn ihr noch ein bisschen dranbleibt. Wir sehen uns morgen an gleicher Stelle schon wieder. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis dahin. Guten Tag.